Hi! Ciao! Wo bist du jetzt hier geblieben? Was auf, Björn? Die Tür. Die Tür? Ja, ok. Ich hab dich so ein bisschen gut geblieben. Hier müsste ein Schatz drin sein. Meinst du das da? Ja. Im Prinzip nur der Familie... Der Zahn ist da, Slipperin. Ist das der Schatz zum Verkaufen? Nein, das ist der Schatz zum Verkaufen. Sicher? Nein? Schau mal nochmal auf... Ah! 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 Was? Was? Schau mal auf die Karte! Das ist nicht die Karte! Ich weiß! Hier ist noch ein Schatz! Hier ist noch ein Schatz! Du überlebst! Du wirst es überleben! Ich trau's dir nicht zu, aber ich sag's dir, dass du es überleben wirst, weil ich dieses Rätsel nicht nochmal machen werde! Wie hieß das in Destiny? Prinzess ist noch 5 Sekunden tot! Wie? Zu wiesig? Ah! Irgendwo muss ja noch dort sein! Ja! Ja! Mach das gerade in der Tisch! Ja! Ja! Ah! Uhr! Handrecht! Perfekt! Du solltest nicht stehen bleiben! Tür? Ja Tür ist da hinten links! 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 Du musst jetzt weg! Gedenken! Da vorne kommt nochmal! Alter! Gut, Dad! Nimm deine Vollheile! Nimm die Vollheile! Scheiße aufs Rot und Graut! Nimm die Vollheile! Warum? Scheiße! Ich denke heute die Jungslos da! Ich weiß es nicht! Da kommt doch einer! Ah ne der ist weg! Der ist da! Nein! Fick die Spiel! Nimm das Grüne Kraut! Und dreh dich nach rechts! Und nicht nach links! Da ist die Tür! Du bist frei! Rechts! Links! Fick die Spiel! Fick die Spiel! Da kommt doch einer! Da ist noch einer! Ich hab doch gedrückt! Warte, ich brauche die Station! Einmal mit dem Raum durch! Wir sind gleich wieder liegen! Aber endlich ist dann komplett angeschlagen! Es schweigt dann liegen! Es schweigt! Es klingelt! Ich geh mal ran! Okay! Oh! Blue! Ähm! Passier mal! Ah! Okay! Ganz kurz! Ohne Prinzess! Wir werden sterben! Die Tür unten war offen! Anscheinend! Wir wurden netterweise reingelassen! Pause! Kurz Pause!